Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Linken der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA. So Freunde, erstmal fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, wieso das Video eigentlich nicht startet. Und das hat einen einfachen Grund und der ist eigentlich ziemlich erschütternd. Denn ich habe gegen einen anderen YouTuber namens Kingdome1893VFB ein Video gemacht. Er hat mir natürlich sozusagen angeboten, dass wir einfach ein Wage-A-Match um 10 Euro machen, 10 Euro Pay-Safe-Card. Habe ich natürlich ganz normal angenommen und habe mir gedacht, ja gut, der wird doch safe sein. Ich meine, das ist ein YouTuber, der hat über 1400 Abonnenten und ich habe mir einfach gedacht, das dürfte auf jeden Fall klappen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen die Spannung rausnehme, weil ihr euch jetzt schon denken könnt, dass ich das Spiel dann gewonnen habe. Auf jeden Fall war es so, dass wir ein Hinspiel gemacht haben. Das ging 1 zu 1 aus und deswegen haben wir auch ein Rückspiel gemacht. Und das ist eben auf meinem Channel zu finden und er hätte eigentlich das Hinspiel hochladen sollen. Er will es jetzt natürlich nicht machen. Und seine Ausritte sozusagen, dass er mir diese 10 Euro Pay-Safe-Card nicht geben will, ist einfach, dass er immer Double or Nothing macht. Und ich sage einfach, er hat mich gefragt, willst du Double or Nothing machen? Und ich habe gesagt, nein, ich habe jetzt einfach keine Bock mehr auf FIFA. Das Spiel war richtig anstrengend, richtig nervenaufreibend. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, kein Bock. Das dürfte man ja eigentlich so sagen. Ich meine, das ist ja jetzt auch mein Recht, sage ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann bekomme ich jetzt diese 10 Euro Pay-Safe-Card. Das ist ein schöner Gewinn und ja, dann laden wir das Video hoch und alles ist gut. Natürlich, was sagt er? Nein, ich mache das immer so. Jeder von meinen Abonnenten weiß das und das ist überhaupt nicht okay von dir und du bist ein Betrüger und so. Richtig ork, dass er sich über das traut, zu mir zu sagen. Einfach so, dass ich ein Betrüger bin, obwohl er mir den Gewinn sozusagen, den versprochenen Gewinn nicht gibt. Und dann habe ich eben Sachen gesagt wie, warum hast du es mir nicht einfach vorhin gezeigt oder gesagt, beziehungsweise gesagt, dass du immer Double or Nothing machst. Hat er gesagt, ja, das solltest du wissen, wenn du meine Videos schaust. Ich schaue seine Videos nicht, ich habe ihn nicht abonniert gehabt. Woher soll ich das bitte wissen? Und dann kommt er die ganze Zeit mit dem selben Abonnent, äh, mit dem selben Abonnent, ja, mit dem selben Argument. Da sagt er eben immer wieder, ja, das ist ganz normal bei mir, ich mache immer Double or Nothing und jeder YouTuber macht das so. Dann habe ich gesagt, nein, nein, das ist eigentlich nicht so. 99% der Leute machen das nicht so, denn ein Wager-Match ist einfach ein Wager-Match und nur ein Match. Und man kann Double or Nothing machen, aber ich wollte einfach nicht. Und dann hat er gemeint, ich bin ein mieser Betrüger, bla bla bla, ich kann das gerne so hochladen und das mache ich jetzt auch. Also falls ihr wollt, könnt ihr ihn gerne haten. Ich bin zwar eigentlich nicht so einer, der, sag ich mal, jetzt irgendwie schlechte Stimmung hier reinbringen will. Aber wenn man einfach ein Wager-Match spielt und das ein anderer YouTuber ist, dann ist es einfach sehr, sehr unehrlich und wirklich ungerecht, dass man dem dann das, ähm, das sozusagen nicht bezahlt. Einfach die Schulden, die man bei ihm hat, das muss man einfach bezahlen. Das ist einfach nicht okay, wie ich finde. Ich meine, man spielt hier um etwas, das ist wie, das ist wie, wenn du zum Friseur gehst und einfach nicht bezahlst. Das ist einfach, das kannst du nicht machen, das ist eigentlich Betrug. Aber im Internet geht sowas leider, das ist das Problem. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Wurdet ihr schon mal abgezogen? Ich kann das auf jeden Fall von mir auch schon mal bestätigen auf Facebook. Da wird man das ein oder andere Mal schon abgezogen, wenn man da gegen wen einen Wager-Match macht. Auf jeden Fall rate ich euch, macht einfach keinen Wager, keinen Wager, keine Wager-Matches gegen andere Leute, die ihr nicht kennt. Macht das einfach nicht. Das bringt nichts. Die werden euch sowieso nur betrügen. Egal wie viele Beweise sie haben, macht das einfach nicht. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, falls ich dann eben im Video noch sage, dass ihr bei ihm vorbeischauen sollt, schaut auf jeden Fall vorbei. Aber lasst bitte kein Abo da, denn er hat es sich einfach nicht verdient. Und dann sorry nochmal dafür, dass ich euch jetzt das schon gespoilert habe, sozusagen das Ergebnis. Und es soll auch jetzt wirklich nicht, ähm, sozusagen so als Hate gelten. Aber ich wollte es einfach nur mal sagen, weil ich es einfach eine richtig unkorrekte und unehrliche Aktion von ihm finde. Und deswegen würde ich sagen, schaut euch jetzt einfach das Video an. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und das ist das Rückspiel vom Wager-Match um eine 10-Euro-Pay-Safe-Card gegen den Kingdom 1893. VfB-Freunde, das Hinspiel gibt es auf seinem Channel. Link dazu ist natürlich in der Video-Beschreibung. Ich werde spoilern. In 3, 2, 1. Das Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen, deswegen auch das Rückspiel. Und dann haben wir uns gedacht, einfach das Hinspiel bei seinem Kanal und das Rückspiel hier auf meinem Kanal. Und ich bin richtig gespannt, ob wir dieses Spiel jetzt gewinnen können. Das Hinspiel war auf jeden Fall wirklich nervenaufreibend. Das solltet ihr echt mal abchecken. Wie gesagt, Link ist in der Video-Überschreibung. Das ist eben das Team, mit dem wir auch schon angetreten sind und mit dem wir das Rückspiel jetzt auch bestreiten. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Game. So Freunde, da haben wir ihn auch schon am Start. Und das ist eben, wie gesagt, das Rückspiel. Er spielt wieder mit seinen Real Madrid-Trikots und wir wieder mit unserem Barcelona-Trikots. Und sein Team ist einfach nur, ja, das ist einfach nur richtig, richtig gut. Das könnt ihr hier eh schon sehen. Gegen das Team hat man auf jeden Fall gut und gerne mal ein paar Chancen zulassen müssen. Sagen wir es mal so, schaut euch das wirklich anders hinspielt. War wirklich ein richtig cooles Spiel, dann sehen wir uns auch schon im Spiel. Schön. Raffinia. Raffinia. Jetzt muss er uns dann irgendwann attackieren. Aber wir spielen auf die Bay. Memphis. De Pai. Schade, Mann. Schade. Richtig, richtig gute erste Situation. Messi. Messi. Alaba. Nein, Messi. Messi. Oh mein Gott, bitte nicht. Boah, Sirigo mit einer Traumparade. Nein. Suarez. Oh mein Gott, das war ja mal so ein richtiger Sergio Ramos. Oh mein Gott, das kann ganz gefährlich werden. Zum Glück verzieht er. Arjen Robben läuft an und den wird er auch schießen. Arjen Robben. Ball wird abgefälscht. Boah, Lewandowski, Lewandowski. Komm, hau ihn rein. Ich wollte nicht sweaten, Mann. Oh mein Gott, Suarez ist durch. Suarez ist durch. Bitte, Sirigo, komm. Mann. Oh mein Gott, das war richtig lag. Da hatten wir jetzt mal richtig Glück. So, Freunde. Halbzeit. Und es steht schon wieder 0 zu 0. Es steht schon wieder unentschieden. Und dann sehen wir uns in Halbzeit Nummer 2. Oh man, das ist so eng hier. Lewandowski. Schade, Lewandowski nochmal Robben. Robben, spiel ihn rüber. Ja, komm, da steht Raffini 1 zu 0. Oh mein Gott, wie kann man so einen Ball nicht ins Tor machen. Da ist er, der Lewandowski. Spiel nochmal runter auf Robben. Und jetzt muss es einfach das 1 zu 0 sein. Nein. Wie viel Pech kann man haben? Zweimal Stange hintereinander. Das war eine richtig starke Aktion. Schön gemacht. Robben. Ja, Robben. Komm, Robben, bitte. Robben, Robben, Robben. Arjen Robben haut den Ball schon wieder nicht rein. Boah, Götze. Richtig stark. Götze. Mario, Götze. Hau ihn jetzt einfach rein. Vor Elfmeter. Götze, Mann. Wie kannst du den nicht reinmachen? Oder wieso legst du dich nicht einfach auf den Boden? Dann hätte es einen Elfmeter gegeben. Komm, jetzt Robben. 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 Arjen Robben. Ja, Mann. Kein Abseits. Oder 1 zu 0. Ich bin richtig happy gerade. Das Spiel ist einfach so nervenaufreibend. Und es steht schon wieder unentschieden. Und jetzt steht endlich 1 zu 0 für uns. Er läuft einfach durch. Er läuft einfach durch. Und macht den Ball dann sogar fast. Nein, Suarez. Oh mein Gott, Sirigu. Oh mein Gott. Ich hätte einen Herzinfarkt jetzt bekommen. Was war das für eine Situation schon wieder? Man gibt ja auch noch den Eckball. Sirigu. Komm jetzt bitte einfach kein Tor, Mann. Das Spiel ist vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gerade so... Alter, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Was war das am Ende für eine Situation von Sirigu? Zuerst macht er den Fehler, lässt den Ball abprallen. Und dann hält er den mit einem Wahnsinnsreflex. Unglaublich. Somit gewinnen wir die 10 Euro Paysafe Cut. Auf jeden Fall war es ein richtig, richtig spannendes Spiel. Er hat auf jeden Fall auch nicht schlecht gespielt. Ihr solltet auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen. Link ist in der Video-Beschreibung. Und da würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr mehr Wager-Matches, Pinkslips und so weiter sehen wollt. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Oder vielleicht werde ich auch ein Pinkslips gegen einen Abonnenten mal machen wieder. Das war auch eine richtig coole Sache. Und dann sage ich auch schon wie immer, tschau Leute. FIFO Stars.